So Leute, nochmal ein kurzes Update. Der Hacker hat auch mehr Zugriffe erhalten. Aktuell sehe ich bei Twitter der Zugriffe erhalten und auf Instagram hat er auch Zugriffe erhalten. Da hat er hier so eine Scheiße gepostet mit irgendwie Bitcoin und Elon Musk und so einem Dreck und hat dazu auch noch dementsprechend zwei Bilder hochgeladen. Auf Facebook übrigens auch, aber da ist es egal, da wurde auch mein Account gesperrt. Den habe ich jetzt aber wieder reaktiviert, da wurde aber allerdings nichts gepostet bei Twitter und so habe ich nichts festgestellt. Jetzt suche ich noch ein bisschen weiter, aber ich habe, glaube ich, das Problem schon behoben. Ich habe alle Passwörter zurückgesetzt, vieles entfernt und so, es müsste jetzt alles sauber sein. Von daher, ja, nochmal ein kurzes Update und bei YouTube und so werde ich jetzt alle Sachen löschen. Wie auch auf Twitter und auf Facebook bzw. Instagram. Oh Mann, ja, ich hoffe, ich habe den jetzt weg. Ich habe alles zurückgesetzt, den Rechner kurzzeitig auch vom Internet getrennt und alles. Müsste jetzt aber alles wieder sauber sein, von daher, ja, ich hoffe, ihr habt nichts gemacht. Die Sachen sind aber jetzt, wenn ihr das Video seht, sind alle Sachen weg. Also, bis er mal in den chapter loop. Bauch, du kannst kannst uns gemacht, also paket Camp ant Enklar. Bis zum nächsten Mal. Asia bis zum nächsten Mal. Zu z幾hte bloomern. Bis zum nächsten Mal.